Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Nächste Folge wird schon Blutmond sein. Wir sind natürlich wieder mit Jasmin hier. Warte ey, den packen wir nicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen vorbereiten. Aber Jasmin hat ja die Basis... Warte, warte, warte Jasmin, warte, warte! Jasmin hat ja die Basis schon aufgewertet. Und Jasmin, guck mal. Hier, der eine Pilz ist verpackt. Da ist ein Pilz falschrum an der Decke. Da bin ich letztes Mal drauf reingefallen. Ist natürlich die Lampe. Ich habe mich lustig gemacht darüber, dass die Pilze verpackt sind. Hier, guck mal. Ah, hier geht das nicht. Komm mal mit. Hier, guck mal da. Nein, ich gehe jetzt los. Ich will dir was cooles zeigen. Das ist auch neu in dem Spiel. Fädern und so. Ja, ja, gleich, komm. Gleich jetzt. Es ist ganz neu. Ganz neu. Ach, was will er denn? Pass auf. Du musst da mal weg. Ey. Pass auf, guck mal. Komm mal mit. Guck mal. Backflip. Hast gesehen? Ich bin die Wand hochgelaufen und habe ein Rückwärtssalto gemacht. Versuch mal nicht zu springen. Aber in echt unten. Versuch mal. Ach so, ohne Springen. Versuch. Ne, unten in echt. Du stehst jetzt von deinem Stuhl auf und versuchst das auch mal. Nimmst du unsere Stubenwand. Ohne Springen, Backflip. Ne, einfach laufen. Okay. Und dann zeigst du mir und sagst du mir und sagst du mir, was du empfunden hast, als du das getan hast. Warte. Warte. Au. Und? Als ob ich hier gegen die Wand laufe. Ach so, doof bin ich seit gestern nicht mehr. Ich habe gerade gehört, dass du es getan hast. Ach so, doof bin ich seit gestern nicht mehr, ja? So, Federn willst du sammeln? Ach so, warte mal. Ah, ich habe nur einmal trinken. Ah, nö, nehme ich nicht an. Bödem. Federn. Ja, wir brauchen Steine auch. Wir hätten hier so geil gebaut. Das sieht nach einer richtigen Menge Schaufelspaß aus hier. Wo bist du? Ich bin hier lang gegangen. Weil die Richtung haben wir ja schon abgesucht gehabt. Ja, ich dachte auch, wir gehen mal hier rechts rum. Ja, ich dachte entweder hier. Wo bist du denn? Rechts rum vom Haus, nicht links. Aber so schlecht finde ich jetzt mein gebautes hier nicht so. Nö, ist schon okay, ne? Dafür, dass du 3,8 Atyl im Kessel hattest, ist das... Was hatte ich? Guck mal, da ist ein Schutthaufen. Wollen wir den mal abbauen? Ich weiß gerade nicht, wo du... Ach da, moin. Da war doch bestimmt ein bisschen Stein. Wir können ja hier zu... Ne, das Leben. ...buddies... ...brain, wie das heißt, gehen. Äh, ja. War das Loch hier schon vorher? Weil das hier abbauen noch macht nix. Ne, ist Lehm. Ich dachte, das wäre Asphalt. Ja, und Leben brauchen wir auch immer. Warst du das mit dem... Äh. Ich hab Musik. Das war doch vorher nicht. Hier ist auch so ein kleiner Erdhaufen. Äh, das reicht nicht. Er rückt. Hä? So. Auf jeden Fall brauchen wir auch Holz, ne? Äh, ja. Holz. Ich frag mal, äh, Jürgen, ob der Holz hat. Moin, Jürgen. Hast du ein bisschen Holz für uns? Wir wollten da ein bisschen, äh, Pfeile aufwerten und sowas. Safety Abstand. Zwei Meter. Jürgen. Äh, ja. Stein wirst du hier kaum finden. Aber vielleicht ein bisschen Loot. Ja, das ist ja das, was ich möchte. Du kannst weiter deine Pause machen, Staplerfahrer Klaus. Oh. Gott. Staplerfahrer Klaus hat einen Bruder, Jasmin. Jedes Mal treffen die mich, ey. Und ein Cousin. Cousin? Ein Cousin. Ein Cousin. Du durchsuchst dir unten die Fässer und das. Ich geh mal nach oben. Alles. Das ist ja alles, äh, Fressen. Äh, Fress. Ja. Gönn dir, gönn dir. Mais? Ja, hier in den Tüten. Alles Maiser. Wo die Kuh drauf ist. Ach, geil. Hab ich dir letztes Mal schon gesagt. Ja, ich dachte, das wär dümmer. Das sieht halt aus wie... Ja, aber es sieht aus wie Kuhdünger. Ah. Gut. Hm. Da war nix. Tue Digis. Lerne von den besten der Branche, wie man eigene Werkzeuge fertig. Und eine Zange. Aber keine Munition. Was wird's auch mit Munition, ne? Kurz vom größten Tag deines Lebens. Ja, das wär langweilig. Ja, ja, ja. Mit Munition kann ja jeder den Blutmond gewinnen. Weißt du, wofür ich bin? Blutmond mit Waffen ohne Munition. Oder Blutmond mit Munition, aber ohne Waffen. Da musst du die 9mm-Geschosse so werfen. Wenn du das packst, dann bist du... Dann bist du krass. Bullshit. Bitte? Hast du mich berufen? Ja, Bullshit. Bullshit. Ja. Oh, die Scheiße. Wollen wir mal zu dem Haus auf Rädern? Da war, glaube ich, Munition letztes Mal beim Loot. Haus war was? Haus auf Rädern. Ich weiß schon wieder nicht, wo der Alte ist. Immer dem Pfeil folgen. Folge dem Licht, Jasmin. Hab ich hier alles durchsucht? Ja. Weil das rostige Fass hab ich gerade durchsucht. Ja, hab ich ja gesagt. Sollst du machen. Als ich hochgegangen bin. Ja. Ich guck mal kurz zum Polizeiauto. Nein. Ja, ist verschlossen. Äh, ich schlag das mal kurz auf, ja? Warte, ich muss gucken. Okay, da geh ich nicht lang. Ich hab nen Dietrich. Alles gut. Oh, und? Das macht aber trotzdem Geräusche. Weiß ich nicht. Auch wenn ich nen Dietrich nehme? Können wir das nicht ausprobieren, wenn wir wieder zurückgehen? Ja, machen wir auf dem Rückweg. Komm, dann gehen wir erstmal zum Haus auf Rädern. Mein Gott. Nervt er, ey. Ich hab keine Dietriche mehr. Oh, warte mal, Jasmin. Warum soll ich warten? Ich geh alleine. Gerade. Weil ich nen Hasen erlegt hab. Äh, da kommt nen Digga. Selber, Dick? Was bist du denn? Ach, da. Hier. Abbaust Stein ab, ja? Äh, dann geh ich schon mal in die Bude rein. Warte. Er kann nie warten. Nie. Ich muss immer alles anders machen. Nein. Böser Hund. Ah, jetzt. Leg dich schlafen, Dicker. Oh mein Gott, jetzt. Ey, ich hab keine, ne? Alles, der, ja. Das war ja jetzt nicht so cool hier, ne? Und jetzt. Alter, wie viel hält denn der auf? Jetzt endlich. Bleibst du jetzt liegen? Gut. Oh. Das hätte dir aber vorher, äh. Das hätte dir aber vorher bewusst sein müssen. Der war zu dick zum Weglaufen. Und der muss kämpfen. Ja, aber der hält ja ganz schön was aus, so. Weil der dicke Gammlige, ne? Ja. Ja. Die sind schon krass. So, ich hab hier noch mal wunderschöne drei Kaffee für dich. So was. Also das Kaffee-Pulver macht ja keine falschen Hoffnungen, ne? Ah. Ja, aber ich kann ja Kaffee kochen. Ja, das kannst du machen. Mit dem Wasser ist das dann irgendwie ein bisschen schwierig und doof gemacht, finde ich. Also nicht doof gemacht, aber schon eine Herausforderung, ne? Ja. Ist auf jeden Fall nicht ohne, ne? Ah, schwierig halt. Aber ich hätte das trotzdem gerne, dass man Wasser noch abkochen könnte und Gläser herstellen. Ja, weil das geht ja eigentlich, wenn du's so nimmst, geht's ja auch eigentlich. Ja, ist halt realistisch, ne? Ja. Service Working Stiff Tools. Was heutzutage die Handwerker alles im Auto haben, Schießpulver ist da drin, du. So, du hast gesagt, ich kann ohne dich rein, ja? Wolltest du doch. Ich denke, du bist schon fertig. Ja, ich bin draußen hier die ganze Zeit noch. Ja, ich dachte, du wärst schon fertig. Nein. Hast du das gehört? Nee, du? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, hier war letztes Mal richtig der Bärdus. Hier drin. Ja, und dann gehst du alleine rein. Na dann, viel Spaß. Ich wurde wieder alleine gelassen. Hä? Ich... Ich brauche Steine und Holz und Federn. Tut mir leid. Ja. Dafür hast du mich alleine gelassen. Hättest ja mitmachen können. Du hast mich ja einfach verlassen. Ich wusste ja gar nicht mehr, wo du hin bist. Klar. Ja, du sappelst doch die ganze Zeit. Warte, warte. Ich hab die Maurer gerade in ihrer Mittagsschlafpause gestört. Morgenroutine. Hier haben sie schon den Wein reingepfeffert. Oh Gott. Aber ich bin froh, dass hier nur die Handwerker drin sind. Die sind jetzt nicht so krass. Oh, da ist schon wieder ein dicker Eihort. Ja, die Dicken sind am schlimmsten. Ja. Jasmin, das ist... Oder diese Holzfäller. Jasmin, das ist Fettshaming, was du da betreibst, ja? Mensch, hier in dem Spiel. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Da hat er aber einen offenen Semmel gekriegt. Auto, ich brauch Forge Ahead. Ich störe mir auch gerade, meines Glückes zurecht. Hier ist immer so die Gefahr mit Schweine. Huuu. Da ist ein Vogelnest. Mir war doch so, dass irgendwo hier ein paar mehr waren. Hat nicht gereicht. Ich hänge hier fest. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Oh, ist das dumm. Da weißt du, wo du aufgehört hast, oder was? Ne, ich kam eben... Ich bin zu fett. Ich hing irgendwie im Schrank fest. Zu meiner Verteidigung. Der hatte nur zwei Türen. Oh, das ist nix. Ui, 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 ui. So, äh, ich muss mal trübes Wasser trinken. Der Durst wurde einfach zu groß. Die Tabletten. Ein Reparatur-Kit. Sehr schön. Jetzt haben wir noch hier einen Pullover. Irgendwie... Aber hier war doch letztes Mal so Munition noch drin, oder nicht? Weiß ich nicht. War da noch nicht. Ja, vielleicht ist die auch noch nicht nachgespawnt, weil hier ist noch so eine leere Holztruhe. Aber eigentlich... Weiß nicht. Ich bin Peltrin. Ich bin brummig. Oh, geil. Nein, nein. Und das ist auch nicht das, was ich gesucht habe. Aber ich nehme es mal mit. Oh, cool. Nein, nein. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Aber ich nehme es mal mit. Hä? Ja. Achso, ja. Hier komme ich ja her. Spaghetti in deinem Kopf. Nö, Spaghetti aus den Ärmeln, Alter. 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 Das ist hier drin. Nicht. Aber waren wir hier nicht schon mal? Ah, hier ist noch ein Nest. Oh, ein Rucksack. Aber eine tolle Hose. Das hatte ich glaube ich schon, ne? Ne, hä? Wo bist denn du jetzt? Da. Oh Gott, er spielt wieder. Das ist auch so ein Spielkalt, ey. Gar nicht. Oh, hier sind alle Steine. Komm mal hierher, ey. Ich gehe ganz professionell und seriös an diese Sache hier ran, ja? Es geht um unser aller Überleben. Hm. Pst, 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 pst. Yeah, Chicken Wings. Na komm mal her, Schätzchen. Irgendwo war hier noch einer. Da. Alter, hat er mir wirklich noch eine gezogen, ey. Ist er tot? Ja. Jetzt ja. Dankeschön. Jasmin, du hast mein Leben gerettet und damit hast du mein Leben verändert. Von jetzt an werde ich nie wieder heiße, durchtrainierte Männer angucken. Hier ist ein Vogelnist. Faszinierend. Und das in der wilden Natur. Ich habe hier noch eine Eisenmine, wenn du Bock hast. Ja. Okay, ich habe hier noch einen Feldstein. Ich mache die ganze Zeit die Steine und so. Ja, ich habe hier auch gerade einen. War ich da schon drin? Glaube nicht, ne? Das heißt, da könnte noch guter Loot drin sein. Wir können ja mal gucken gehen. Ach, ich gehe mal gucken. Ja, aber ich muss langsam gehen. Ich habe keine Ausdauer, weil ich fünf überladen bin. Weil ich wieder alles alleine schleppen muss. Wieder. Wieder, ey. Ich werde das schon hören, ey. Wie immer. Wo denn? Das ist wie beim Einkaufen. Wir nehmen nur einen Einkaufswagen mit und ich muss den alleine tragen. Nur vom Dach, oder was? Ja, sicher. Jo, der eine hat sich schon fast selber gekillt. Äh, du kommst aber zurecht. Werde ich gleich sehen. Okay. Und der eine hat keinen Kopf mehr? Der andere legt sich auch gerade schlafen. Hier war ich noch nicht, oder? Ist das ein Outdoor-Haus, oder was ist das? Was? Bäh? Was? Hast du die Ziege gehört? Ihr habt ihr nicht gesehen, Mann. Ich wusste gar nicht, dass die neue Tiere hier implementiert haben. Ist ja faszinierend. Ich habe noch gar keine Züge gesehen. Was jetzt? Gottes Willen. Ich wusste nicht, dass ich sie hier störe. Ich wollte mich auch nur einmal umschauen hören. Ich habe den Werkstattmeister getroffen. Den Werkstattmeister? Ja. Oh, ein Rucksack. Oh, da war was Gutes drin. Grundausbildung zum Feuerwehrmann. Mh, in ein Uniform. Axtmod. Fertige die Feuerwehr-Axtmod. Beursache 25% mehr Schaden an Blöcken. Aber 25% weniger an Gegnern. Das ist ja Quatsch. Ich habe es mal gelernt. Jetzt bin ich ein attraktiver Feuerwehrmann. 1.000 HP sind gar nicht mehr so schlimm mit der Spitzhacke, die ich habe. An so einer Tür. Was hast du für eine Spitzhacke? Wo hast du die her? Die hat mir der Händler geschenkt. Händler weg. Geschenkt. Naja, für 5.000 Tokens hat er mir die geschenkt. Lügen, Baron, ey. Er hat gesagt, gib mir 5.000 und ich schenke dir eine Spitzhacke. Habe ich gesagt, das klingt fair. Er ist mein Freund, weißt du, der betrügt mich nie. Nee. Ich kann denen immer vertrauen, wenn es um sowas geht. Geschäfte, da ist er immer ehrlich. Ist das hier eine Sackgasse? Ja. Oder bin ich doof? Also ja, aber... Ich weiß, dass ich doof bin, nur... Hier kommt man nicht runter. Geländer rutschen. Huiiii. Meine Ausdauer ist... Wieder richtig gut. Ja, meine ist auch... Ich stimme dir einfach zu. Ich hab los, ich hab... Ein Vogelnest. Nichts mehr zu trinken und irgendwo... ...zu heben. Da kommt er. Ich muss jetzt sagen, wo ist er denn? Ich hab ihn doch gehört. Ihn hat irgendwas gestochen. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Oh ja, nee. Nicht, dass der noch einen allergischen Schock kriegt oder sowas. Ja. Hab ihm mal den Arm abgehackt, weil das sah aus, als wenn ihn da was gestochen hat. Ja, ich sag mal, lieber den Arm ab, ne? Als dass der weggammelt oder so, ne? Äh, warum macht der denn so schnell? Ich glaub, der hat Durangsaugen. Oh, trinken. Oh, geil. Was für ein Zufall. Ähm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich... Jetzt kippe ich den Schiss. Scheiße. Scheiße, jetzt zeigt der mir so eine Kackabrüst an. Oh. Ah ja. Nützt nix. Ja, und ich habe kein Tee mit. Falls es da Fragen gibt. Okay, sie versteckt sich hinterm Baum, Jasmin. Ich nicht, ne. Weißt du, das hört sich an, als ob hier richtig der Bär los ist. Aber es geht eigentlich. Oh, 17762 und Munition. Oh, geil, hier ist Munition, ey. In dem Mehldrescher. Äh, toll. Ist das süß. Ich finde es nicht so, äh, traurig wäre. Naja, das war jetzt hier nicht wirklich so, der Burner. Da wollte der Kleine mitspielen, Jasmin. Ja, okay. Versuch's nochmal. Und hopp. Oh. Hat sie geschafft. So faszinierend. Sehr sportlich. Okay. Ich hasse Nebel. Junge Dame, wir würden da gleich den Kopf verlieren, ne? Ist doch alles halb so wild. Wir können doch Freunde sein. Äh, willst du eine Fünfe, äh, eine Stufe 5 Steinachs? Ja. Ist, aber diese Billoachs, ne? Nur Stufe 5. Hm. Hm. Äh. Jo, was haben wir denn hier noch Feines? Kann ich hier Benzin abzapfen? Nein. Level up. Uh, uh, uh. Ich würde gerne mal was zu trinken finden. Ich hab's aber da. Jetzt hab ich Durchfall. Ja, irgendwie ist hier noch einer auf dem Dach. Ein Sattelschlepper. Äh. Was für eine Schaufel hast du? Ähm. Super interessant. Äh. Oh Gott. Oh. Zwar nicht, äh, sauber, aber besser als nix, ne? Verschlossen. Ist auch verschlossen. Die werde ich auch nicht aufmachen. Uh, leichter, geil. Äh. Die ist schnell. Ich hatte auch eine schnelle. Oh, oh. Oh, ist die... Uh, da ist der Kopf offen. Alter. Das sah aus, als wäre ich so ein Superheld mit mega den Kräften. Du bist selber nicht, ne? Weißt du? Wer, wer, wer sagt das? Ich. Ist Dummheit keine Superkraft? Doch, bei manchen schon. Ha, dann bin ich doch superkräftig. Äh. Irgendwie gefällt mir die Geräuschkulisse nicht so. Ne. Äh. Den Motor kann ich dich mitnehmen. Wird laufen. Oh. Dann wollen wir mal weiter schauen hier. Containern. Okay. Wow. Hier hat einer einen kompletten Container. Äh. So einen Auflieger. Für einen Karton Müll. Und ein bisschen... Abkarton. Zwei Paletten hat er geladen. Mhm. Schmuggelware. Ein Gammelfleisch. Shower Laundry. Ja. Also viel Loot. Ja. Ein guter Loot. Bäh. Ich bin ja... Oh. Warum sind die so schnell? 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 Äh. Sind die vielleicht mutiert so? Ich weiß nicht. Alter. Scheiße. Fuck man. Bitte. Fuck man. Jasmin. Entschuldigung. Sorry Leute. Ich sterbe. Ich glaube ich sterbe. Jasmin bitte. Ich habe doch hier irgendwo einen Motor zurückgelassen. Hoffentlich kommt von hinten keiner jetzt hier. Ich bin infiziert. Na tolle Wolle. Nee. Zement? Irgendwo hatte ich noch einen Motor. Aber ich weiß nicht mehr wo. Boah ey. Da muss... Ich dachte du warst da schon drinnen. Wo? In dem... In der... Dings hier. Free Manuree oder wie das da heißt. Was? Da ist nämlich Trink und so drinnen. Hier. Pasta and Gas. Oder wie das heißt. Ja gut. Aber das ist ja auch schon eine Weile her, ne? Dass ich da war. Ich dachte du wärst da, weil das Auto leer war. So jetzt versuche ich es nochmal. Ich habe Angst. Ich habe hier gruselige Musik, aber ich sehe nur zwei. Munition. Oh, das ist sehr schön. Aber ich höre mehr. Ja, da hättest du jetzt hier mal mitkommen müssen. Hier ist bestimmt richtig Gutes noch. Oh ja. Ich mach die Tür jetzt so ich geh. Ich bin angestankt. Ja, ich mach mal die Tür auf. Boah, ne. Da kommt noch einer. Ich muss erst mal meine Sachen wegbringen. Au! Das war ja so frech. Wie gefällt dir das? Ich muss erst mal Honig nehmen. Oh, meine Gesundheit bei 47, ey. Jetzt reicht's. Oh, es hat nix gebracht. Muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich höre noch, dass hier noch mehr sind. Wäre schon geil, wenn ich mal was trinken würde. Ja, wären wir mal zusammen in das Haustal gegangen. Ja, ich hab hier noch einen Laden. An der Tankstelle. Ich geh jetzt erst mal einmal nach Hause. Ja. Mal Honig nehmen. Trinken, essen. Weil ich muss das Wasser abkochen. Und dann muss ich jetzt mal hier mich wieder aufpebbeln. Aufpebbeln. Oh. Pepper Woods. Pebbles. Das hab ich auch ein bisschen jetzt geholt. Wenn du Pebbles bist, bin ich denn Bam Bam? Äh, okay. Scheinbar geht's da hinten noch weiter. Äh, so. Lass dich mal liegen. Können wir irgendeinen anderen Meier mitnehmen. Ja. Also die Tankstelle ist jetzt auch nicht so geil ausgestattet. Also da, wo ich eben war, war gut. Da war, ist glaube ich auch noch mehr. Ja, hier auch. Ich hab jetzt hier noch eine Küche. Eins Mais. Lass ich mal liegen. Jammelfleisch. Trübes Wasser. War jetzt ein... Immer nur Kaffeepulver. So ein alter, abgestandener... Oh, schade. Kann ich auch nicht mitnehmen. Kaffee wäre doch geil, oder? Äh, nochmal trübes Wasser. Melissa-Kaffee. Na, schau mal einer an. Das gönne ich mir doch. Ah, da wären wir wieder fit. Da kommt der Motor erstmal richtig in Wallung. Mmh. Ich spüre, wie das Koffein meine Adern gespürzt. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ja, Sprachfehler bei Erschrocken und Angst und sowas. Äh, ich bin immer noch langsam. Ich würde mal wissen, was ich für eine Jacke anhabe. Ha. Bitterter Brustpanzer, Stufe 5. Brauch ich. Hab ich. Da ist Hauptblut, Jasmin. Deswegen so viele Zombies. Wow. Ich dachte, hier ist eine unsichtbare Wand. Bin ich jetzt los? Okay, ich versuche mich mal ein bisschen zu distanzieren kurz. So. Einer geht noch links lang. Ein Bauarbeiter. Da war ich auch noch nicht drin. Aber das waren doch nicht nur die beiden hier, oder? Oh. Ich glaube, ich kriege draußen Besuch. Das hat sich nach so viel angehört. Ich nehme auch mein Fahrrad wieder mit an die Tür. Irgendwas ist da draußen. Okay, ich habe schon mal den Bauarbeiter wieder gefunden. Aber der war das nicht. Also, es klingt nicht mehr viel. Ich habe hier nur eine heiße Perle, Jasmin. Die bringt mich heute Abend zum Feiermittag. Du hörst jetzt mir. Neandertaler-Style. Hier steht nur einer in der Ecke. Trinkwasserbehälter. Und Bücher. Oh. Endlich kann ich das lesen lernen. Alles cool. Hab ihn. Oh. Oh. Forgeheader. Endlich. Oh. Jetzt fehlen mir nur noch. Warte. 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 Das haben wir gleich. Nur noch elf. Geil. Echt getroffen aus der Distanz. Level an. Level an. Level an. Keine Ahnung. Wo ist das schon wieder hingepackt? Das ist ey. Hier ist noch ein Haufen Munition. Mitnehmen. Ich definiere Haufen. Äh. So. Kohle bräuchten wir eigentlich auch mal. Wegen Schießpulver. Ja. Hier hinten noch was. Oh. Ein Durchbruch. Ein Tonlädel mit drüben. Wasser. Wo das Wasser wohl herkommt. Ach so. Punkt. Warte mal. Hier. Pass auf. Zack. Wir brauchen für Arbeitsstation. Forgehead. Wo steht denn das hier? Äh. Erhöhe die Beutechancen. Mit wortgeschrittener Ingenieur. Und oder Schlösserknacker. Nein. Ja. Geil. Irgendwo läuft draußen einer. Entschuldigung Sir. Sind sie geistig verwirrt und alleine? Er hat so einen richtigen Michael Jackson Move gemacht. Das hättest du sehen müssen. Das sah ja cool aus. Das Minis hast du jetzt verpasst. Ja. Adric. So sieht es wohl aus. Ich habe es verpasst. Ja. Verpasst hast du es wohl. Äh. Recork. Brauche ich noch irgendwie. Kann ich hier irgendwie was austauschen? Samen können wir immer noch nicht herstellen. Weiß ich nicht. Gucke ich gleich. Also ich kann es nicht. Äh. Die ist verschlossen. Oh. Ein großer Hauf Munition. Samen herstellen. Wo gucke ich das? Da wo ich alles gucke. Mhm. Was willst du denn für Samen haben? Und Mais. Hä. Mais habe ich doch voll viel. Ne Samen. Können wir die selber herstellen? Nein. Aber habe ich doch voll viele. Gesammelt. Ja. Deswegen sammle ich immer die ganzen Dinger da mit ein. Chlamydien. Chlamydien. Das war jetzt hier. Semi. Wer ist denn Gas? Autoteilekiste. Wo ist denn jetzt hier einer? Ja. Schön. Ich kann nichts davon mitnehmen. Außer. Ich werde doch die ganze Zeit hier irgendwen gehen. Mhm. Ach da. Oh. Zweie. Geh mal wieder rein. Ja. Nicht wirklich ne. Kann ich nicht wirklich mitnehmen. Aber ich. Schmeiß mal das raus. Nimm das Öl mit. Äh. Das kann ich essen. Brauche ich sowieso. Da passt der Reifen da auch noch rein. So. Electronics. Was kannst du mir bieten? Mein Durchfall ist gleich weg. Mhm. Der Marienkäfer liegt auch neben mir. Im Durchfall. Mhm. Schläft. Ich muss hier mal 4500 HP klein hacken. Aber das ist nicht zügig. Könnte ich nebenbei was trinken? Mal eben hier mein Verwandt. Bisschen. Auffrischen. Natürlich hier ein bisschen. Ich hätte mal zu heißen. Brauche ich mal was trinken. Das war fresh. Ich habe mich ja was getrunken. Aber meine Ausdauerstreiber sind trotzdem nicht. Jasmin. Äh. Äh. 1800. 770. 676. 582. 488. 394. 300. 200. 600. 18. Und? Da gucke ich nicht rein. Uh. Oh. Ja. Das ist geil. Äh. Okay. Kühlmaschen-Mod. Kältewiderstand. In Klamotten. Äh. Klamotten. HP habe ich voll. Kann ich jetzt nicht mit dem Eisenhelm. 762-Munition. Also die geht auf jeden Fall mit. Äh. Die Mod. Äh. Habe ich denn überhaupt noch einen Platz frei? Äh. Kann ich hier eine Mod reinschmeißen? Nee. Da nicht. Äh. Verändern. Da nicht mehr. Hm. Das sieht jetzt aber nicht gut aus. Aha. So. Dann nehmen wir das mit. Das machen wir klein. Und das auch. So. Eisenhelm. Braucht keine Sau. Gasmaske. Jetzt kommt gleich so eine Zone. Weißt du? Irgendwie so eine Nebelwolke an Gas. Ich sterbe. Hm. Keine Maske. Äh. Draußen ist Aktivität, Jasmin. Wenn du mal eben konkret bist. Ja. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich glaube ich muss zu Hause einmal die Taschen leeren. Ja. Deswegen bin ich auch erstmal in Haus. Jetzt werte ich hier das einmal nochmal auf. Aber ich glaube ich war hier in der ganzen Ecke noch nicht. Also ich glaube auch die Häuser da hinten. Die habe ich noch nicht gelootet. Hm. So wo geht's denn nach Hause, Jasmin? Weise mir den Weg. Hier rechts, dann links, dann rechts. Okay. Dankeschön, Jasmin. Also gerne. Du bist die Beste. Auch wenn's keiner sagen will. Hier unten. Ah, ich seh schon unseren Vorbau. So. Ja, ich habe leider nicht die Menge an... Wieso sind hier überall Löcher im Boden? Weiß ich nicht. Bist doch du überall, oder? Äh, nein. Ich habe jetzt nicht die Menge Munition gefunden, die ich gerne gehabt hätte. Aber ich habe Munition gefunden. Ich darf sogar einen neuen Stack anbauen. Wow. Händlerkiste. Aha. Aha. Ja. Äh, hast du einen Moment? Ich würde dir hinter dir gerne was hinlegen. Ja. Äh, hast du einen Arm. Äh, hast du einen Arm. Äh, hast du einen Arm. Mhm. Mehr kriegst du nicht. Na denn. Der Rest ist, äh, für die Haushaltskasse, ja? Dankeschön. Schrei mich nicht so an. Äh, das kann ich gleich machen, tatsächlich. Das ist ja geil. So, warte mal. Bist du mal hier? Da kam ein Fleisch rein. Und dann brauchen wir da hinten hier ein bisschen Medizin. Das ist ja geil. Hm. Re-cog. Hm. Cog. Alter. Wieso ist das hier so warm? Das bin ich. Nee. Oh. Oh. Äh. Drei. Bump, bump, bump. Bump, bump, bump. Bump, bump, bump. Äh, da hab ich gar nichts mit bei. Geronimo. Mhm, 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 mhm. Äh. Dadadada. Das kommt hier oben. Geil. Jasmin, die Füsten... Äh. Die Füsten killen sich so allmählich. Hä? Füsten? Füsten? Die Füsten killen sich so allmählich. Ja, dann ist ja gut. Killen. Die Kisten füllen sich so allmählich. Ja, ja. Wollte ich natürlich sagen. Ah, nicht so richtig. Hab ich natürlich auch gesagt, ne? Hm, hm. Hab ich nicht gesagt, okay. Äh. Schnee bei der S4. Jasmin. Geil. Ach so, die Birnen kann man so essen. Hö, spät. Er weiss auch. Wusste ich gar nicht. Ich hab'n Stuhl eingesteckt. Schneeweilschlacht. Ey, lass die Hütte heilen. Wir haben Blutmund. Jasmin, du kannst hier nicht alles kurz und klein schlagen, wenn's dir beliebt. Wo bist du hin? Ach, da! So, ich hab' noch ein bisschen was mit dem Fahrrad. Jetzt hier nicht mit dir spielen, Jasmin. Hey, dir spielt kalt. So. Was darf ich hier denn noch aussortieren? Hier. Äh, den hab' ich noch. Äh, ne Mod. Achso, hier, warte mal. Ich hab' noch was für dich. Und zwar... Liegt hier. Könnt ihr dies bohren. Viel Spaß. So. Die können wir nicht stacken. Klamotten. Wir haben Besuch, ne? Ich weiß, höre ich... Das... Höre ich und sage ich schon die ganze Zeit. Das ist eigentlich auch egal, weil die können wir verkaufen, denn wir haben schon eine. Richtig? So. Ähm, so. Und. So. Oh, nö. Die sind bei mir schon wieder im Loch drin, ey. Wo? Raus aus meiner Baustelle! Eltern haften für ihre Kinder. Für Unbefugte ist der Zutritt verboten. So, das sollte dir ne Lehre sein, oder, Jasmin? Mhm. Mhm. So, da brauch' ich einmal Wasser, das nimm ich mir mal jetzt hier. Zwei, eins, zwei. Ach so. Heidelbeer-Samen. Dürfte definitiv reichen. Da-da-da-da. Ach, geil. Oh. Da geht hier noch was. Das hab' ich irgendwie aus den Augen verloren. Ähm. Aber, wir sind bei 48 Minuten, Jasmin. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, wir beenden damit die Folge. Machen wir morgen ne kurze. Und dann haben wir Blutmond komplett. Oder nehmen wir den Blutmond mit rein? Wir wissen's nicht. Wir werden's sehen. Also, dementsprechend schaltet ich morgen gern wieder ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Tschaui. 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 Tschaui.